So, schönen guten Morgen zum Märkter am Morgen. Wir springen mal gleich nach Frankfurt zu meiner Kollegin Franzi Schimke. Dir einen schönen guten Morgen. Tja, die Börsen gar nicht so schlecht aufgelegt. Gestern in den USA eine, ich will jetzt nicht sagen, Rallye, das war es nicht. Aber wir haben uns von den Tagestiefständen deutlich erholen können. Hat das jetzt Auswirkungen auf den Handel hierzulande oder wird das einfach nur so schulterzucken zur Kenntnis genommen? Von den Tagestiefständen hat sich der Dau erholen können, aber von den Tageshöchstständen ist er ja letztlich doch auch zurückgekommen. Denn er war zeitweise über der 27.000-Punkte-Marke, am Ende dann nicht mehr und nur ein moderates Plus von 0,2%. Es ist die große Frage, wann kommt das langversprochene, letztlich auch ersehnte US-Konjunkturprogramm und Paket. Wann gibt es den Corona-Impfstoff? US-Präsident Donald Trump hat das zuletzt ja immer wieder in den Vordergrund gestellt. Das wird jetzt ganz schnell gehen, aber erste Stimmen sagen, ob das dieses Jahr tatsächlich noch der Fall ist. Das bleibt abzuwarten und die Präsidentschaftswahl, die ist in 39 Tagen. Also das ist alles ein Thema, worauf man sich aktuell natürlich konzentriert, wo aber viele Fragenzeichen vorhanden sind. Wirft man einen Blick auf die Vorgaben von Seiten der asiatischen Märkte, ja, Stabilisierung auch beim Nikkei, Hang Seng und Shanghai Composite sind aber erstmal nach der Pause im negativen Bereich gestartet. Und der DAX gestern mit einem richtigen Zickzack-Kurs an diesem Donnerstag unterwegs, am Ende ein moderates Minus von 0,3%. Die Stabilisierung der zwei Vortage, die ist also erst einmal unterbrochen. Dieser Stabilisierungsversuch, den werden wir heute hier am Freitag allerdings sehen. Aber auch hier vorbörslich hatten wir den DAX schon mit einer Indikation von plus 0,7%. Inzwischen sind es 0,4%. Also wir sehen schon, es ist so ein bisschen eine abwartende Stimmung und die große Frage, in welche Richtung geht es denn jetzt tatsächlich? Wohin wird sich der Zeiger sozusagen wenden? Aber das wäre dann Richtung 12.660 Punkte, nachdem wir gestern ja ganz knapp die 12.600-Punkte-Marke verteidigt haben. Auf Wochensicht gesehen, aktuelles Niveau über 500 Punkte, das Minus. Also das kann man erst einmal abhaken unter nicht wirklich erfolgreich, aber hoffentlich erfolgreicher dann der Börsengang heute hier. Ein weiteres Unternehmen wagt den Schritt aufs Parkett. Hensoldt, ein Rüstungselektronikhersteller, wagt heute den Gang. Man wird am unteren Ende der Preisspanne den Ausgabepreis haben bei 12 Euro. Und somit wird der Börsenerlös bei rund 300 Millionen Euro erst einmal liegen. Streubesitz dann bei rund 37 Prozent. Also das dürfte hier um neun auf jeden Fall nochmal etwas lauter werden. Und dann spannend, wie der erste Preis ist und natürlich auch spannend, wie der DAX dann letztlich starten wird. Und dass die Wochenbilanz am Ende ausfallen wird. Frau David, vielen Dank nach Frankfurt. Sieht momentan übrigens noch nach einer etwas müden Veranstaltung bei dir im Hintergrund an. Aber das kann ja natürlich in den... Ja, es wird ja noch aufgebaut. Ganz ehrlich, bis neun ist ja noch eine Stunde Zeit vor. Ja, ja, da muss... Ja, genau, nee, da muss man auch ordentlich Anlauf nehmen und dann wird gejubelt. Also, euch einen schönen Tag und vielen Dank, schönes Wochenende. Und wir schauen uns jetzt mal die Börsen an. Also, was die Kollegin gerade gesagt hat, ist natürlich völlig richtig. Der Dow Jones und die anderen Initiativen auch. Sie waren deutlich höher von den Tiefständen, deutlich höher dann auch ins Plus gelaufen. Haben das nicht mehr ganz halten können. Die Überlegung natürlich, also nicht die Überlegung, die Hoffnung, dass es Konjunkturhilfen geben wird. Die Demokraten haben gestern mal ein Paket geschnürt, wie das aussehen könnte, zweieinhalb Billionen. Es wird nicht durchgehen können, weil das Weiße Haus und die Republikaner bereits gesagt haben, nein, das ist uns zu viel. Also, man wird hier sicherlich verhandeln müssen. Die Hoffnung auf einen Impfstoff, das hat auch so ein bisschen angetrieben. Und vielleicht einfach die Verluste aus den Vortagen. Wie sieht es dann aus? Der Dow Jones auf Jahressicht 6 Prozent im Minus. Das ist ganz interessant, weil der DAX hier deutlich weniger schlecht performt. Also, jetzt deutlich übertragen im Sinn, aber mit 4,9 Prozent. Das ist immerhin mal etwas, wo man sagen kann, jawohl, da hat der DAX was besser gemacht. Der S&P 500, wir lagen gestern zeitweise auch auf Jahressicht im negativen Bereich. Hat man am Ende dann so ein bisschen ausbiegeln können. Jetzt sind es wieder 0,5 Prozent. Und Tech, die sind ohnehin das ganze Jahr schon, also nicht das ganze Jahr, aber seit dem Frühjahr außer Rand und Band gewesen. Schauen wir uns mal Charts an. Was bedeutet denn das? Wenn wir uns das hier anschauen vom Nasdaq 100, dann sehen wir, es bedeutet gar nicht so viel. Ja, wir haben uns gestern ein wenig erholen können, aber wir sind tatsächlich noch unter der 50-Tage-Linie. Das ist das violett eingefärbte hier, diese Linie, die nach oben läuft. Und wir bewegen uns tatsächlich in dieser Seitwärtsbewegung. Und der Kampf um die 50-Tage-Linie hier auf jeden Fall noch nicht beendet. Vielleicht gehen wir sogar noch mal runter und setzen auf eine weitere Unterstützung dann die 100-Tage-Linie noch mal auf. Sie sehen, hier war tatsächlich das Hoch im Handelsverlauf gewesen im Nasdaq 100. Und dann ging das so peu à peu im späteren Handel wieder nach unten. Aber es geht ja erstmal darum, nehmen wir das Positive mit. Und das Positive ist, wir haben im Plus geschlossen. Das ist gut für die Schlagzeilen und vielleicht auch gut für die Stimmung bei den Anlegern. Tesla war gestern einer der Werte, die sich besonders wacker geschlagen haben. Die Aktie ja unter Druck nach dem Battery Day, war ein bisschen enttäuschend alles. Elon Musk hat eben nicht das ganz große neue Ding da aus dem Hut gezaubert. Und deshalb ist die Aktie ja unter Druck geraten. Und gestern tatsächlich so weit, dass wir auf 351,30 Dollar gesunken sind. Also das war dann schon ein ordentlicher Schluck aus der falschen Pulle, würde ich mal sagen. Und dann ging es aber nach oben. Da hat die Aktie tatsächlich, bis sie hier knapp auf die 400 gelaufen ist, zweistellig zulegen können. Auch hier gab es so ein paar kleinere Gewinnmitnahmen, aber insgesamt eine sehr solide Vorstellung, wenn man sich das gestern über den Tagesverlauf dann mal angesehen hat. Und nach wie vor gilt, wir bauen uns hier so eine kleine Korrektur, so ein kleines Korrekturmuster auf. Und jetzt bleibt es mal abzuwarten, ob wir tatsächlich wenigstens hier über dieses Verlaufshoch drüber kommen würden. Also es war ja hier das Hoch, dann die Korrektur, dann gab es die Gegenbewegung. Und über dieses Hoch sollten wir drüber gehen, dann hätten wir tatsächlich mal wieder frische Impulse. Ansonsten auf der Unterseite haben wir hier dieses kleine Verlaufstief. Also in dieser Spanne bewegt sich das momentan und da ist Tesla interessant. Geht es auf die eine oder andere Seite über diese markanten Punkte drüber, dann könnte nochmal ein bisschen Druck in die Geschichte kommen. Nach oben oder auch nach unten. Amazon, die wollen einen Streaming-Gaming-Dienst bringen. Das ist das nächste neue Ding. Das hat ja schon Google mit Stadia letztendlich angekündigt, dass man die eigenen Server-Farmen dafür nutzt. Sie haben ja Server-Farmen rund um den Globus. Und das gilt natürlich für Amazon auch und das gilt für Microsoft und viele andere Unternehmen auch. Aber in der Ausgestaltung, in der reinen Masse stechen die natürlich raus mit ihrem AWS, also mit der Cloud-Sparte letztendlich zusammen mit Google. Kein Unternehmen hat mehr Server verteilt über den Planeten wie diese beiden und deshalb dieses Cloud-Gaming, Cloud-Streaming-Gaming, ich weiß noch gar nicht, wie man das am Ende dann auch nennen soll. Da wird es garantiert eine ganz schicke Abkürzung geben. Das ist natürlich eine spannende Geschichte. Das kann man als Abo-Modell fahren und dann brauchen Sie keine teure Hardware mehr. Dann können Sie sich Ihren High-End-PC daheim sparen. Sie brauchen auch keinen Notebook mehr. Alles, was Sie brauchen, ist ein Zugang zum Internet, eine halbwegs vernünftige Leitung, weil dann wird die Rechenkapazität, die benötigt wird, um diese High-End-Games auch spielen zu können, die wird ausgelagert in die Cloud. Also das wird alles dann von dem Anbieter erledigt. Sie zahlen 15 Euro im Monat oder wie viel das am Ende auch immer sein wird. Und dann können Sie Assassin's Creed oder die ganzen anderen Shooter, andere Shooter, Assassin's Creed ist ja kein Shooter, aber dann andere Shooter spielen. Also das macht die Sache auf jeden Fall sehr charmant und ist unter Umständen ein sehr wachstumsträchtiger Markt. Beim DAX werden wir uns das Ganze heute sicherlich im Tagesverlauf mal anschauen. Ein Tag, Sie sehen es hier eingestellt, die Liste letztendlich gestern auf der Gewinnerseite Continental. Und natürlich auch wieder Firmen, die langsam von den möglichen drohenden Lockdowns, Beschränkungen, wie man das auch immer nennen will, hier profitieren könnten. Delivery Hero auf jeden Fall hier vorne mit dabei. Auf der anderen Seite, naja, wenn es der Reisebranche schlecht geht, dann ist MTU natürlich ebenfalls betroffen. Adidas wundert mich so ein bisschen, weil man ja letztendlich irgendwie im Fahrwasser von Nike, da hätte durchaus auch nach oben laufen können. Wobei die waren gestern, muss man fairerweise sagen, nach dem massiven Kurs, bloß vor zwei Tagen dann auch etwas schwächer unterwegs. Schauen wir uns das Ganze auf fünf Tage an, dann sehen wir, aha, das sind jetzt wieder die Covid-Plays, die da irgendwie oben mit dabei sind. Und hier unten, MTU wundert nicht, Deutsche Bank wundert nicht mit dem Geldwäscherskandal und BASF Münchener Rück. Also das ist jetzt alles das, was ich auch da unten erwarten würde in dem aktuellen Marktumfeld. Covestro, natürlich gibt es die Übernahmefantasie. Ja, dass Privatinvestoren aus den USA haben ja, sollen ja Interesse angemeldet haben. Und jetzt sagen Analysten, tja, diese M&A-Aktivitäten im Chemiebereich, das dürfte hier tatsächlich sich fortsetzen in den kommenden Monaten. Und da wird es vermutlich noch andere Werte geben, die da ins Ziel von möglichen Käufern geraten. Deshalb Covestro auch zuletzt stark unterwegs. Bei Bayer gibt es tatsächlich positive Entwicklungen. Das Unternehmen möchte nämlich gerne, oder es sieht danach aus, dass man weiterhin eine Verschnaufpause bekommt in den Verhandlungen um den Glyphosatstreit und dass man das Ganze bis November, diese Verhandlungen jetzt bis November aussetzen könnte. Dann hätte man selbst Zeit, ein bisschen durchzuatmen, die Lage neu zu sondieren, Hintergrundgespräche zu führen und am Ende vielleicht einen großen Deal, das ist ja das, was Bayer möchte, einen großen Deal am besten, alle Klagen in einem Aufwasch verarbeiten. Und das Ganze auch noch auf die Zukunft projizieren, sodass die ganze Sache am Ende rechtsfest ist und Bayer hier dann von vorne beginnen kann. Hätte man sich schenken können. Shop-Apotheke, das hätte man sich nicht schenken können. Das ist nämlich eines dieser Phänomene aus der Covid-19-Ära will ich es noch nicht nennen, so weit sind wir noch nicht, aber auf jeden Fall aus dieser Phase. Und die Aktie sieht momentan sehr stark aus, gehört zuletzt wieder zu den Gewinnern. Das sieht man sehr schön, wenn das Thema wieder hochgekocht wird, dann sind diese Aktien sofort mit dabei. Teuer ist sie übrigens gar nicht. Natürlich, sie macht momentan noch keine Gewinne-Shop-Apotheke, dafür wird auch zu viel investiert. Aber der zweifache Umsatz ist etwas, 2,1, 2,2, auf Basis der für das laufende Jahr erwarteten Erlöse. Das geht für mich im aktuellen Umfeld auf jeden Fall in Ordnung. HelloFresh, da hat sich Bernberg zu Wort gemeldet, auch hier sehen wir zuletzt diese Aufwärtsbewegung. Das ist jetzt immer dieselbe Story, die gespielt wird. Ganz interessant bei denen, Bernberg sagt, naja, zuletzt haben sich die Anleger natürlich darüber gesorgt, wenn wir das mal in den Griff kriegen mit der Corona-Pandemie, dann könnte natürlich die Churn-Rate, also letztendlich die Wechselrate bei den Kunden, diese Fluktuation, die es ja im Kundenstamm gibt, die könnte deutlich besser ausfallen, als das, was Anleger momentan befürchten. Und deshalb sagt Bernberg, vielleicht haben die Anleger das Geschäftsmodell noch nicht ganz verstanden. Es ähnelt nämlich eher dem von Zalando. Und wenn die Leute erstmal auf der Plattform sind, dann kommen die auch wieder zurück. Und von den letzten Bestellungen hat man sehen können, dass da auch sehr viele Aktivierungen dabei waren. Also Kunden, die irgendwann mal bestellt haben, dann nicht mehr bestellt haben, aber die das Unternehmen auch zurückholen konnte, letztendlich. Und das sei sehr positiv zu sehen und das wird hier in dieser Studie auch nochmal aufgetan, das Thema. Und es sieht eigentlich technisch gar nicht schlecht aus, wenn Sie sich das als Abwärtstrend tatsächlich vorstellen. Oder was heißt, muss man sich nicht vorstellen, ist ja schön visualisiert. Ab im Juli ging das los, nachdem die Aktie dann hoch erreicht hat, ist der Wert hier nach unten gelaufen. Und jetzt sind wir tatsächlich aus diesem Abwärtstrend nach oben ausgebrochen. Also technisch gesehen spricht jetzt nichts dagegen, dass wir die alten Hochs in nochmal anlaufen könnten. Übrigens die Aktie gar nicht so teuer, KGV 31 geht. Wie gesagt, im aktuellen Marktumfeld völlig okay, wird ja im nächsten Jahr dann auch sinken. Sieht also eigentlich ganz schön aus. Dann schauen wir mal, wie sich der Markt heute schlägt und vielleicht auch wie das IPO heute in Frankfurt laufen wird. Wir sehen uns dann wieder um 14.40 Uhr mit der US-Vorpörse. Also bis dahin gute Zeit und gute Kurse. Tschüss.